Ich möchte euch heute mal eine Seite zeigen, mit der man zum YouTube-DJ werden kann. Die nennt sich Two YouTube Videos and a Motherfucking Crossfader. Und wie ihr schon seht, ist das also wie bei einem echten DJ möglich, quasi zwei Platten-Spieler gleichzeitig zu bedienen und sich dafür zu entscheiden, welcher gerade lauter spielen soll. Ich höre ja als Computerbenutzer nach wie vor gerne Kraftwerk. Gucken wir mal hier in ein Live-Festival rein. Und auf dem anderen Kanal könnte ich mir gut vorstellen, die Melodie von Tetris zu hören. Die lasse ich jetzt auch mal loslaufen. Und wie ihr seht, kann ich jetzt hier faden. Und ich kann auch wieder zurückfaden zu meinem Kraftwerk. Ja, ist doch wunderbar. Wenn ich beides gleichzeitig laufen lasse, dann könnte ich mir also auch ganz neue Musik damit machen. Also ich finde diese Webseite schön. Es gibt halt gleichbare Angebote auch auf anderen Webseiten, aber wohl nirgendwo gibt es so einen schönen Bildschirmhintergrund wie hier. Ich würde sagen, mit YouTube-Videos und einem Motherfucking-Crossfader kann man jede Party auf Stimmung bringen, ruhig mal auszuprobieren. Und bis zum nächsten Mal bei Support.net Surft. Tschüss!